Fortsetzung einer unglaublichen Saison für die 20-jährige Vorwoche Beijing-Asien-Finale gespielt, zum ersten Mal ein Tier-Zwei-Event und nun gleich in Folge das zweite hinten drauf, also mehr geht ja fast gar nicht und schon allein durch diesen Erfolg das Finale hier erreicht zu haben am Montag in der neuen Weltrangliste in den Top 20, fantastisch wenn man überlegt, dass hier zu Beginn der Saison noch die Nummer 75 war. Sagt sie nach dem Halbfinale gegen Safina, drei Sätze brauchte sie dort nach zwei Stunden und 17, 6-4 im dritten, dass sie sich unglaublich auf dieses Finale freut, sie weiß sie muss aggressiv spielen, sie muss auf den Punkt gehen, Gleisers keine Chance geben, dass die ihr Spiel aufzieht, das mal zur Theorie. Ob sie es umsetzen kann, fraglich ist sie selbst, sagt schon sich die 20-Jährige aus Nordhorn, sie ist ein bisschen müde. Verständlich, hat viel gespielt, dann der Zeitunterschied, klimatische Verhältnisse sind unterschiedlich von Asien zu Europa und dennoch steht sie hier im Finale. Und auf der anderen Seite. Der erste Slamtel ist endlich realisiert, hat erstmal Pause gemacht, hat gefeiert, kommt zurück und steht im Finale. Auch das ist beachtenswert. Beide haben in diesem Jahr schon reichlich Finalbegegnungen absolviert. Für Grünefeld ist es schon das dritte. Pattaya City, Beijing, beide verloren. Für Kleinsters ist es Nummer 8. Alle sieben zuvor gewonnen. Das erinnert an Roger Federer bei den Herren. Der hat mal quasi nebenbei wieder das Turnier gewonnen von Bangkok. Im Finale gegen Andro Nauré. So ist die Kölzer. Let's go! Let's go! Schade, knapp dahinter. Ist natürlich richtig, auf die Länge zu gehen. Die kurze Nachfrage. Denn sie darf auf keinen Fall zu kurz werden. Das sagt sich immer alles so einfach. Aber sie ist natürlich in einer komfortablen Position. Sie ist die Außenseiterin. Dadurch kann sie voll drauf gehen, wenn sie es denn zusammen bekommt. Von Kleinsters wird erwartet, dass sie hier gewinnt. Guter Start für Kleinsters. Publikumsliebling hier seit vielen, vielen Jahren, weil sie dem Turnier auch die Treue hält. Und aus Sicht des Veranstalters nahezu so ein kleines Traumfinale. Klar ist, dass die vierfache Titelträgerin erstmalig 99, damals noch als Qualifikantin. Und dann Annalena Grönefeld, eine deutschsprachige. Also mehr kann man sich hier gar nicht erwarten bei diesem Turnier in Luxemburg. Mit 585.000 US-Dollar dotiert. Für die Unterlegene bleiben knapp 50. Die Siegerin erhält 93.000. Und wichtige Punkte. Und die sind für Grönefeld natürlich eminent wichtig. Top 20 nach dieser Veranstaltung. Unfassbar. Damit ist man in der internen Planung, so für dieses Jahr und auch 2006 natürlich einen gewaltigen Schritt voraus. Aber wenn es denn so gut läuft, nimmt man es natürlich gerne mit. So ist es richtig. Aggressiv drauf. Mitte Länge spielen. Klaasers hatte eine schwierige Begegnung im Viertelfinale mit Giawone. 6, 4, 7, 5. Back im zweiten 2, 5 hinten. Klasse. Toller Winkel. Von früher Kant. Grönefeld, die letzten beiden Begegnungen im Viertelfinale jeweils über 3. Hat natürlich Kraft gekostet. 30, 40. 30, 40. 30, 40. 30, 40. 30, 40. 30, 40. Thank you. Aus Sicht von Grönefeld, aber bewundernswert das Gleis, das dort ausgräbt. Wieder mal der Spagat zur Seite. Grönefeld nimmt dann die falsche Seite. Das ist intelligent gedacht und gespielt, weil sie natürlich auf das Gegner rübergeht. Und kann es das Blatt stehen? Bergschuss weg. Genau so geht es. Drauf halten, hat ja nichts zu verlieren. Und die Möglichkeiten hat sie, ja? Und das zeichnet auch die 20-Jährige aus, dass sie das Spiel entweder mit solchen Bällen gewinnt, oder sie verliert es. Aber da wird nicht gezaudert. Und den Blick zur Seite, ob dort die Bestätigung kommt oder nicht. Gilt für alle Spielerinnen oder auch Spieler. Sochtig zu gehen in einem Finale. Jana Nulwotner, Ehrengast in dieser Woche hier. Dass das nicht so schnell davonläuft. Selbst wenn auf dem Scoreboard noch eine Null steht. Aber die einzelnen Spiele in sich, die müssen ein bisschen dauern. Damit man selbst auch zum Rhythmus kommt. Nervosität ablehnt. Natürlich hier haben wir ein paar Fans im ersten Spiel in Runde 2 gegen Kukalova. Da waren hier 250 belgische Fans. Da hat sie sich fast bei jedem bedankt. Als sie aus New York zurückkam, gab es ja eine große Party in Bré. Da waren 5000 Leute. Im Friedhof in Bré. Da hat man gleich eine Open-Air-Party draus gemacht. Klar, wenn man Freibier ausgibt, ist ganz Bré da. Er hat sich dann auch auf die Bühne gestellt, dort mit ihrem Freund Brian ein bisschen gesungen. Also sehr volksnah. Der Papa. Ständiger Begleiter. Nicht zwingend genug. Sehr sehr. Fest, Sir. Vielen Dank. Wieder die falsche Seite. Sie hat diesmal länger gewartet und geschaut und dennoch spielt sie, klar, der Ball macht ja auch Spaß, die Linie entlang und sie hatte gehofft, dass klar ist, dass das wieder wechselt. Die bleibt wieder stehen. Resultat, Breakchance für die Belgierin. Vielen Dank. 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 Danke. Vielen Dank. 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 Es kommt nicht zusammen. Das kommt nicht zusammen. da muss ja auch passen die druckbar kann man nicht nur ein spielen der muss dann sitzen das ist klar dass er zu schnell hat ein glück für spiel viele erste aufschläge aber sie gewinnt ich habe die zuschauer mehr sehen ein einseitiges finale das möchte keiner haben das ist 30 Fusi I. Thesina. guter erster endlich mal das eigene auf das spiel gehalten auch wenn es nur das 2 5 bringt aber das gibt ja ein bisschen vertrauen vielleicht für die nächsten aufgaben die da kommen 2 5 aus sicht der deutschen sind noch eine chance hat das werden wir gleich sehen hängt natürlich ein bisschen davon ab wie kim kleis das serviert hat ja auch schon einmal das service abgeben müssen die mitte erwartet den aufschlag ist im märz eine halbe stunde gespielt satz bällen für die 22 jährige die 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 zu spät dran der ball an die hallendecke der erste satz geht erwartungsgemäß kann man sicherlich sagen aber dass die zahlen alles umgeben nicht dass wieder das ist doch eng war in vielen situationen in diesem ersten satz in den zweiten satz im finale von luxemburg portis championships inzwischen mit dem kleister der viermalige siegerin da haben wir sie die bilanz von 25 zu 1 bei dieser veranstaltung gegen analena grönefeld dies erst zum zweiten mal dabei gleich das finale erreicht im ersten satz mit 26 unterlegen wichtig jetzt mal aufschlagsspiele vor allem die eigenen halten meine führung vorlegen und das so lange als möglich durch den satz transportieren so Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Das wäre nicht gut. Vielen Dank. Schade. Die Rückern die Linie entlang. Gegen viele andere hätte es gereicht. Nicht gegen Kleisters. Die bringt den Ball zurück. Und dann kann Grönefeld eben mit der Vorhand nicht diesen Druck weiter aufbauen. Dem Tempo raus durch den Topspinball. Und dann ist die Bergerin da. Gleich zu Beginn wieder das frühe Break gegen die 20-Jährige aus Nordhorn. Na gut, wir wollen nicht vermessen sein, dass wir denken, das läuft jetzt hier Woche für Woche so, dass sie, egal wer da kommt, gewinnt. Und dennoch muss man ja an eine realistische Chance glauben. Ansonsten braucht es ja gar nicht rausgehen. Der erste Aufschlag ist top. Auch der Wert der Prozentzahl der rausgewonnenen Punkte. Beim zweiten, das ist nicht so berauschend, aber bislang spricht ja auch das Ergebnis für die Belgierin. Der erste Aufschlag ist das nicht so berauschend, aber bislang ist das nicht so berauschend. Das ist nicht so berauschend. Und das hat sie Glück. Da kommt die Länge von 1,80 hier zugute, denn Den Ball, den sie aus der Luft spielt, da war sie sich nicht sicher. Sollte sie hinterher gehen, sie blieb nämlich stehen. Und dann fehlt fast der Schritt am Netz. Sollte sie nach vorne, die Seite ist gerissen, da ist keine Kontrolle möglich. In diesem Fall Pech vergleißt das Glück für Dönefeld und damit das 1-2. Und das ist so, so wichtig. Denn wenn man hier gleich 0-2 hinten liegt, dann verliert man natürlich dann irgendwann auch den Glauben. Aber sie macht es richtig, sie macht genau das, was sie in der Pressekonferenz angedeutet hat. Ich muss aggressiv spielen, ich muss den Bällen nachgehen. Das ist diese Vorhand, wo sie fast zu spät dran war. Und dann diese optimale Streckung hier. Ist ja eine gute Doppelspielerin. Er hat gerade viel an der Seite von Martina Navratilova in diesem Jahr. Meinen wimmelt in den Halbfinale. Gewonnen hat sie mit ihr Toronto. Pattaya City, wo sie im Einzel im Finale war, das Doppelgewonnen mit Bachtouli. Und Bali mit Chornessy, der Trainingspartnerin. 16-1. 15.30 15.30 15.30 16.30 16.30 16.30 16.30 16.30 schade das ist dieser finger breit daneben klar das ist dieses weil sie war es klar ist dass er schnell gegen jede andere wird sie den ball ins feld spielen innerhalb der linie und so sagt man sich nicht muss an die linie ran ja 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 Es ist einfach phänomenal, aus Sicht von Kim Kleister, als wenn die Chance da ist, dann greift sie auch zu. Wieder der Aufstiegverlust, wieder die Bergerin vorn, 2-1 im zweiten. Wie oft hat Grünefeld den Aufstieg durchgebracht? Einmal, das ist zu wenig. Also im Augenblick spricht mal alles für die 22-jährige, frischgebackene Jus-Open-Siegerin, Kim Kleisters, den ersten Satz gewonnen. 6-2 im zweiten Vorn, 2-1, da haben wir es zum Mitlesen. Erneut der Deutschen den Aufstieg abgenommen. Für Sie in Lauf. Letz für Sie in Lauf. Letz für Sie in Lauf. Für Sie in Lauf. 13-15. Für Sie in Lauf. 41-18. Doll Coffee in Lauf. das ging zu schnell da war nichts zu machen nichts zu holen noch drei aufschlag verlusten zu beginn im zweiten nun klar ist das erstmalig erfolgreich bei eigenem service wenn grünefeld jetzt dieses ausschlagspiel nicht durchbringt dann sind wir ruckzuck fertig 15 langs Applaus Applaus Wart Luria . . . . . Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Thank you. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Thank you. 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 Verschiedene Fertig. Verschiedene Fertig. Und wenn der Flugball nicht optimal gespielt ist, dann wird es schwer. Der Backball ist da. Danke. Deuce. Schade. 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 15 all. 15.30. Nichts überhastet werden jetzt. Klar, man ist natürlich jetzt so voller Euphorie. Adrenalin ist da. Hat das Rebreak geschafft und will natürlich jetzt weiter zeigen, dass man noch besser Tennis spielen kann. Oh, da fehlt der Schritt. Und damit ist die Unterneitskante. Klar ist das gleich wieder da. Applaus Nicht gut bewegt. Und Kleister ist sofort wieder da. Nimmt der Deutschen zum dritten Mal das Service im zweiten Satz hier im Finale zu Luxemburg ab und führt. 5-4. Was kann uns Annalena Grönefeld noch bieten in diesem Finale Fortis in Championships zu Luxemburg? 2-6-4-5. Die viermalige Titelträgerin serviert zum Matchgewinn. Zuschauer der Grundlinie hatten schon dazwischen gerufen. Der Ball war doch aus. Aber Schätsrichter, gerade Damen auf dem Stuhl, manchmal in einer selbstverliebten herrlichen Art. Wird auch nicht diskutiert. Overruling selten. In der Halle sowieso. Oh, war Schätsrichter der Schnellere als die Dame an der Linie. Aber sie ist mutig. Das gefällt mir. Wartet jetzt nicht darauf, dass vielleicht klar ist, dass die Fehler macht. Sondern versucht selbst etwas zu unternehmen. Foti, bitte. Die Matchwälle sind da. Applaus Das ist es. Glückwunsch an Kim Kleisters. Sie gewinnt zum fünften Mal beim sechsten Auftritt hier in Luxemburg das Turnier mit 6-2 und 6-4 gegen Annalena Grönefeld. Persönlicher Abschluss der beiden. Papa Kleisters, wie immer, nimmt das entspannt zur Kenntnis. Hat es sicherlich auch nicht anders erwartet. Aber auch ein tolles Turnier für Annalena Grönefeld, die zum zweiten Mal innerhalb von Wochenfrist ein Finale bei einem Tier-Zwei-Event erreicht nach Beijing. Nun auch hier in Luxemburg. Dass es am Ende dann nicht gereicht hat. Nun gut. Sie selber sagt, die Kräfte so langsam aber sicher sind verbraucht. Und dennoch hat sie sich im zweiten Satz prima hineingespielt hier in dieses Finale. Und Kim Kleisters also zum fünften Mal erhöht die Bilanz auf 26 zu 1 allein für dieses Turnier. Auf 60 Einzelsiege in der Saison 2005. Keine Spieler hat mehr Einzelsiege ein erfahren können im achten Finale. Der achte Titel, knapp 100.000, 93.000 Dollar sind es Punkte für die Weltanglisten. Sie ist ja schon für das Masters in Los Angeles qualifiziert. Zum letzten Mal findet es dort statt. 2006 geht es dann nach Madrid. Und aus diesem Grund wird sie Filnerstadt spielen. Genauso wie Grönefeld in der kommenden Woche. Wir von Eurosport sind selbstverständlich für sie live mit dabei. Von Dienstag an die ganze Woche bis zu sechs Stunden täglich. Und sie will Hasselt spielen. Es wird korportiert von Journalisten, hat sie gesagt, die geschrieben haben, ich würde dort nicht hingehen. Fehlanzeige, ich spiele das Turnier. Und dann eben noch Los Angeles, das Staples Center. Das war es dann für sie in dieser Saison. Also kann man verstehen. Denn das, was sie seit März gespielt hat und erreicht hat, das ist, tja, schier unglaublich und faszinierend. Aber auch Annalena Grönefeld. Darüber müssen wir den Hut ziehen. 39 Siege bei S23 Niederlagen. Das dritte Finale in diesem Jahr. Schauen wir, wie es in Filnerstadt wird. Die Auftragsrunde gegen Petrova. Wahrlich nicht die einfachste. Aber in Filnerstadt gibt es keine einfachen Gegnerinnen. Dervenport hat an eins gesetzt. Kleisters an zwei. Morus Mo ist dabei. Ebenso selbstverständlich Justine in Ardennes. Das sind die Top vier. Aus deutscher Sicht dann eben Grönefeld, Klössl und auch Julia Schrupp. Wer aus der Quali nachkommt, schon werden wir sehen. Das ist das Abschlussbild Fortis Championships hier in Luxemburg. War eine interessante Woche. Vor allem für uns auch aus deutscher Sicht spannend zu sehen. Und Glückwunsch nochmal an die 20-Jährige aus Nordhorn. Sie ist in den Top 20 angekommen. Und was für ein Sprung, was für eine Karriere in diesem Jahr. Carsten Linke sagt Danke und wünschen einen schönen Abend. Machen Sie es gut.